Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge, mal um Rufian. Die letzte Folge war ja ziemlich heftig. Vielen Dank für die Leute, die ihn Lack da gelassen haben. Das hilft mir sehr. Lara! Alex! Alles okay? Geht's dir gut? Wo ist er? Wo ist er? Haneck, Fahra! Hadeer! Hadeer! Haneck! Lass es! Stopp, Fahra! Stopp! Ich geh' mir mit! Es war Hadeer. Hadeer ist der Dieb. Es tut mir leid, Käpt'n. Ich wusste es nicht. Das konntest du auch nicht. Schon gut, Fahra. Wir kriegen ihn. Unsere Ärsche müssen sofort hier raus. Mein Bruder wollte immer ohne Regeln kämpfen. Jetzt bricht er sie alle. Hadeer ist nach Norden. Er wurde von Al-Katala aufgesammelt. Freiwillig oder mit Gewalt? Wissen wir nicht. Tut mir leid, Fahra. Ihr Bruder ist ein Terrorist. Ist bei den Al-Katala. Wir wissen nicht, ob er ein Terrorist ist. Hadeer kämpft nicht gegen uns. Er hätte alle töten können, als er das Gas gestohlen hat. Hat er aber nicht. Woher weißt du das? Ich war da, um es zu verhindern. Wieso weiß ich das nicht? Wir dachten, es wäre Al-Katala. Wir wussten nicht, dass er es war. Jetzt wissen wir es. Wir schnappen ihn uns heute Nacht. Ich komme mit. Du jagst deinen eigenen Bruder? Er ist nicht mein Bruder. Nicht mehr. Barkov wird ein Kopfgeld auf ihn aussetzen. Dann erwischen wir ihn zuerst. Noch mehr Komplikationen und es gibt Krieg mit Russland. Dann komplizieren wir besser nichts. Das ist keine gute Idee, Fahra. Wir kümmern uns hier um die Unseren. Das heißt, es wir gewöhnlich nicht. Wir schon. Ich will Fahra im Team. Das ist keine Bitte. Na gut. Sie haben Befehlsgewalt. Sie alle. Okay, Lagebesprechung. Bildaufnahmen bestätigen. Dass Hadir das restliche gestohlene Gas hatte, als er zu Al-Katalas Brutal den Vollstrecker Kontakt aufnahm. Dem schlechter. Ihre Fahrzeuge wurden zu einem Wohnkomplex im Akkusgebirge verfolgt, wo wir das Versteck des Wolfs vermuten. Alex und Fahra bleiben als Verstärkung in der Luft. Während Bravo 6 mit einem Angriffstrupp die Chemikalien sucht und sichert, Hadir fasst und den Luft fliegt. Im Einsatzgebiet. Licht auf. Holen wir uns den Bastard. Kommandeur an 3-1. Orbit halten. Bestätigt Kommando. Inbereitschaft. Lifter 1. Ziel Sichtkontakt. 15 Sekunden. Roger 1. Auf Nachtsicht. Es geht los. Sinne 1. Überwachen. Bestätigt. Sinne überwachen. Aktivität. So wieder dunkel. Ja gut, gehen noch. Das war richtig geil. Hab ich gut gemacht. Verdammt. Alles sicher. Alles sicher. 2-4 und 2-6. Halten die Stellung. Also die machen wir schon. Ladung platziert. Wir gehen durch die Tür. Tut mir leid, Kumpel. Linke Türke, dear Sergeant. 3, unbekannt. 3 bestätigt. Rojo will rollen. Seitenwart, gut gemacht. Jetzt nach hinten. 6 Treiber hinter der Tür. Erdgeschoss gesichert. Roger. Kommen wir von der anderen Seite. Sergeant, Strom abstellen. Lassen wir sie im Dunkeln. Stelle den Strom an. Erster Stock. Mir nach. Jawohl. Hier, stopp. Ja, Sir. Vergehen. Hoch zum ersten Stock. Bewegung. Linke Tür. Lassen wir uns gehören. Nochmal hinterher. Nochmal hinterher. Vorsicht, links, links. Links. Fehlanzeige. Zielperson ist nicht hier. Verstanden, Kyle. Macht das Licht an und seht euch um, Leute. Raus aus den Federn. Alle Bravos ins Erdgeschoss. Kommandeur an 3, 1. Sprechen Sie. Zur Datenbergung antreten. Laufwerke und Disks in die Taschen. Papierkram in die Kisten. Davon gibt es noch zwei mehr. Was soll ich auch das machen, oder? Wir geben nicht auf, oder? Negativ. Sie wollen reden. Johnny, hilf dich. Du hier, Mama. Mama, Liefi, Mama! Liefi! Hey, lass ihn gehen. Johnny, hilf dich! Danke. Ich will dich. Ich will dich in der Becher. Wie in L-Deep. Liefi, Lade. Liefi, Lade. Schoko. Pass auf Sie auf. Teehaus, mir nach. Alles klar. Geh mal ins Teehaus. Bravo, besieg dich zum Teehaus für Überprüfung. Tonne. Maraukei. Mal auf, geil. Alter, geiler. Hier haben wir wohl ein Erdhörtchen. Alle Stationen. Keller in Gebäude 2. Gehen rein. Okay, durch die Lucke. Ich gehe vor. Gute Jagd. Wir folgen dir. Meine Maus ist voll tränkig, Alter. Da. 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 Oh, da. Blüft er da. Werd er mich irgendwie an Metro. Ja. Immer alleine. Ey, hier sind wir zu zweit, aber wir machen ja nie was. Was ist denn mit meinen Haaren? Ja, logisch, ne? Aber wir sind nicht allein. Aber wir sind nicht allein. Wir sind in der Wolfshöhle. Stolperdrähte. Pass auf. Nein. Schafft. Behalte die Granate. Bin schlau, weißt du? Langsam. Langsam. Sie stimmen. Wasst du das? Nein. Aber sie wissen, dass wir hier sind. Noch ein Stolperdraht. Vorsicht. Geh, Alex. Ich gebe dir Deckung. Zorrohut! Alle Stationen! Karriere! Vererledigt. Sicher. Gehen wir weiter. Alle Stationen. Bestätigt. Ich sehe einen. Linke Nische. Geh nach links. Linke, seid ihr sicher? Nein, hier ist mein Weg. Geh nach rechts. Ja, Linke! Ich lade gerade mal nach. Warte mal kurz, ja? Welche Benzin? Humpa hol! Humpa hol! Ja, ich lege tot auf dem Boden. Bist du verletzter? Wer will? Verarschen. Humpa hol! Ich lege tot auf dem Boden. Humpa hol! Morte da. Warte da. Humpa hol! Ich lege tot auf dem Boden. Das ist gut. Warum kann ich denn hier nicht aufstehen? Herr Lopfer! Herr Lopfer! H doll! Eine Familie. skilled, ich bin dabei. ich bin dabei. Entschuldigt euch. Die Schrocken. Er hat er ab. Alter, chillt mal. Alter, ey, beim Nachladen. Ja, von der Schrot. Ist das dein Ernst? Was ist das? Geh, was ist das? Ja, mach es. Geh! 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 Ne, ich stell mich erstmal über sehr warm. Geh! 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 Erstmal direkt an dem Geschamarke. Geh! Geh! Geht's runter. Vorsicht. Ellis! Alles okay? Bleib da. Ich komme für dich runter. Ja, ja, nee. Wir waren halt dir dran. Ich finde einen Weg rauf. Passt da unten auf dich auf. Ja. 3106, Server. An alle Stationen. Hier ist Echo 31. Blinde Übertragung. Zieht es noch in den Tunnel. Verfolge. So wird was gemacht, Leute. Die westliche Welt glaubt, uns kaufen zu können. Das können sie nicht. Das Feuer lodert. Ich muss weg. Alter, was war denn das jetzt? Die westliche Welt glaubt, uns kaufen zu können. Das können sie nicht. Die Superman kann nur passen. Das Feuer ist ein Blatt. Ich muss weg. Und nicht. Wir nehmen zwei. Die Band. Ja. Der immer. Aber wir. Besitzen sie. Nicht ohne. Naja Wo gehst du denn lang? Oh, ich bin ja ein Idiot Oh, es hat er angriffen, wie er es sagt Die Zeit wird krank Los, komm, da schauen wir noch Ich muss irgendwas sein, das ich benutzen kann Alles klar, das war richtig gut, Lüder Profis am Werk Und genau hier hat er jetzt gespeilt, ist das dein Ernst? Aber ich muss mich nicht vermehrt, ist das dein Ernst? Ich muss mich nicht vermehrt, bist du und ich bin der Erste Ich bin der Ernst. Ich bin der Ernst. Ich muss das nicht vermehrt, was ich jetzt sage, komm her! Blut 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 Da kann ich nicht bleiben Und hier geht's auch nicht lang Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge.